und damit herzlich willkommen liebe clasher bei mir im torsen akatuto beim klaren true warriors. ich muss gerade noch ein bisschen lachen weil ich gucke immer ob ich genau in die kamera gucke wenn ich mit euch spreche. die kamerapose ist noch nicht so gut aber ich werde das verbessern da seid mal ganz gewiss und wir sind hier zurück in meinem rh10 dorf aber es geht ja eigentlich um das neue dorf und es ist eine farce finde ich so lange zu warten um irgendetwas zu tun außer hier pokale zu schrubben muss ich sagen also das nervt mich ein bisschen an muss ich sagen ich habe den ganzen tag nichts machen können und ich glaube wenn ich jetzt gleich mit ein boot rüber fahre dann kann ich wenigstens ein bisschen was machen unter umständen neue base bauen mal gucken wir haben den letzten aktuellen ck gewonnen mit 37 34 das sei mal am rande erwähnt ich habe da zwei angriffe gemacht die nicht wirklich super war aber sie waren auch wirklich sehr sehr spät ich hatte wirklich wenig zeit und das aufnehmen hier die vielen dörfer hier und so weiter das muss auch erstmal alles machen aber im nächsten ck sind wir gegen die franken fighters unterwegs und da geht schon mal ein gruß an die franken fighters raus von mir denn es ist ein deutscher clan und sowas von augenhöhe ich habe eben mal die bases verglichen also die sind fast eins zu eins ich muss ein bisschen sagen haben gute helden im rh9 bereich gucken wir mal was da geht aber vielen dank schon mal dass ihr uns auch grüßt ich glaube wir haben euch ja ich habe es nicht vergessen ja sobald ich sowas sehe grüße ich natürlich zurück und finde ich super echt ich freue mich auf diesen ck mit euch und ich denke danach tauscht man sich vielleicht mal aus mal gucken im moment sind ist zumindest unser klang ist geschlossen das komische ist als wir 50 leute waren haben wir nun 15er ck zusammengekriegt ich habe das die eben mal getippt das hat mich echt gewundert und jetzt wo wir 39 nur sind also elf weniger eben waren sogar zwölf weniger haben wir plötzlich in zwanziger also ganz merkwürdig aber noch mal nach dem ck hier könnte wieder anfragen als rh9 ihr seht das zurzeit nehmen wir bewerbung an ab rh9 mit aussagekräftigen foto das natürlich nicht das foto gemeint sondern das dorf und jetzt steigen wir mal ein in die neue geschichte hier ja es ist ich finde es ist eine farce ich habe jetzt echt lange gewartet bis ich überhaupt mal wieder hier unten meine angriffe machen kann mit bonus habe aber ein bisschen was in meinem dorf getan nämlich diese sammler hier abgedatet mehr konnte ich an der stelle überhaupt nicht tun und habe aber die mauer hier gemacht ich denke mal das erste was wir vielleicht machen sollten ist dass wir hier uns so ein bisschen von dem um dieser base herum hier befreien damit wir ein bisschen meine base aufbauen können das ist ja irgendwie so ein offenes hingefallenes teil hier und aber guck mal 20.000 wollen die dafür haben okay die kann ich jetzt leider nicht aufbringen wir nehmen in den kleinen baum noch mal weg und vielleicht hier den baum stumpf dass wir hier so ein bisschen nach nach leicht nach osten gehen können mit unserer base um damals so eine art geschlossene base zu schaffen mal gucken ob uns das gelingt ich ziehe schon mal die mauer hier so ein bisschen rüber und auch das armeelager hier nach außen mal schauen ob wir da eine geschlossene armee aus den mauern machen können ist das jetzt geschlossen daher das ist geschlossen okay wie ich mir das hier so ein bisschen ja nicht unbedingt vorstelle aber mal schauen ob das funktioniert dass wir das ganz eingemauert hier vor allen dingen bekommen vor allen dingen unser rathaus denn das ist ja letztendlich das stark zu schützen gut geht im baum bauen wir hier mal noch ab die ziehen wir hier mal schon rüber naja ok und dann schauen wir mal dass wir hier so ein bisschen irgendwie so ein bisschen base rum kriegen ja ich kann es noch nicht genau sagen passt das oder passt das nicht ja das passt nicht ganz da sind auch wieder lücken den stein hier ja den können wir uns auch gönnen dann kriegen wir die mauer hier vielleicht reingezogen dass das mal so ein so ein stück ergibt hier aber sonst ist das echt schwierig finde ich naja ok das haben wir gepackt an der stelle aber ich denke mal wir kriegen wir kriegen die base immer noch nicht noch nicht wirklich beschlossen hin oder gucken so da haben wir da haben wir jetzt noch eine mauer die können wir drehen wohin wo wir wie wo wir sie wollen uns fehlt einfach noch ein mauer teil uns fehlt auch gold ach das ist doch man 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 dann machen wir das mal so die zehn ziehen wir mal hier hin und dann nehmen wir mal ich hoffe dass die sammler hier reingehen ja die sammler gehen hier rein das ist super die falle machen wir mal hier hin und stellen die nach außen denke ich mal so dann haben wir hier noch ein lager und die kanone rücken wir noch ein bisschen ran jetzt haben wir die def ja schön außen können wir so ein bisschen was rein bauen ja das lager kriegen wir nicht 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 wirklich rein aber ich gucke mal dass ich hier die sprungfalle so ein bisschen so mache wo können wir noch eine schwungfalle machen eigentlich das ist jetzt schon fast schwierig wie man das hier so am effektivsten denkt ohne dass man hier alle mauer hat ich habe halt noch nicht alle ob ich die sprungfall da und daher haben wir gucken ja und ihr seht ich kann jetzt erst wieder angreifen habe eigentlich so gut wie nichts gepackt aber wir machen das einfach mal ich habe hier so ein bisschen was ausgebildet das bildet sich ja im hintergrund selber aus und wir gucken mal aber die nehme ich jetzt mal nicht die tausche ich gegen die ganzen bogenschützinnen hier ich glaube das ist an der stelle besser der baut nämlich gerade alles aus und mal sehen ob wir da nicht irgendwie in seine base reinkommen um die hier zu schaffen da war so eine bombe und dann haben wir die sprungfall ja super läuft toto läuft total ja das ist auch das was viele glaube ich hier anfrustet die kämpfe hier entweder hast du hier lag wie ich jetzt nicht habe 46 prozent kein stern und der gegenüber wird mich sicherlich irgendwie ein stern oder so warten wir mal eben ab aber ich habe gesehen man kann hier einfach wieder reingehen es wird jetzt ein bisschen gebaut hier ich bin auch schon wieder voll ok minute dauert es noch ja und wenn man ich glaube wenn man hier wieder rein geht ja so ist das dann kann man auch sehen was macht denn eigentlich der gegner und wir sehen der oder die malizia hier macht irgendwie gar nichts weiß ich nicht hat mich dreigestellt dankeschön ja vier riesen wäre ja auch mal nicht schlecht vier riesen zu benutzen aber die kommen hier durch diese mauern nicht durch haben wir den turm schaffen die nicht mehr und mal gucken der turm steht hier auf auf wirklich niedrig also hoher schaden kurze distanz mal gucken ob die distanz hier bis zum rh reicht nein der hat schon tesla ich kotze tut mir leid mann 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 das update das machte hier echt echt kirre aber immerhin habe ich rathaus gekriegt 67 prozent jetzt schon mal gucken ob es noch ein prozent dazu gibt ne geht nicht mehr ok ja mal schauen ob er meine base an der stelle auch zwei sterne oder wenn ich sogar wie der vorherige drei sterne aber ihr seht das hier das ist ein echtes meisterhütte schon zerstört das sind 50 prozent 75 und schon hast du verloren so einfach geht das hier mit diesen komischen kämpfen ich bin da so was von unzufrieden ja niederlage 100 prozent dankeschön ja ja und ihr seht selber ja ich drücke auf den game knopf genau das was supercell will ich drücke auf den game knopf und aber jetzt mache ich das mal ganz ganz ähnlich und zwar haue ich hier mal vier riesen rein aber die machen natürlich erst die def und die ist weit weg die ist weit weg die ist weit weg ja gut das sind jetzt das was ich gegeben habe wenn ihr jetzt denkt oder tut er gibt hier ganz ganz krass ähm das ist natürlich nicht wirklich viel im vergleich zu dem was ich jetzt noch habe und für mein hauptdorf ja überhaupt nicht verbrauche aber die riesen gehen hier durch dieses dorf nach schaffen sie es ja wir schaffen es und jetzt machen sie meisterhütte es ist nicht normal ich habe den ganzen tag darauf gewartet satte 20 stunden oder ich weiß gar nicht wie lange der stream jetzt vorbei ist danach habe ich nichts mehr gemacht und um hier wieder ein bisschen anzugreifen ich wollte nicht höher als 500 pokale kommen weil ich auch nicht wusste ob die lager hier vorlaufen oder ob ich einfach pokale machen soll und dann laufen die lager halt über ich weiß nicht ob das sind überhang geht oder wo auch immer hin weil ich heute ganz ganz wenig machen konnte aber ja ihr seht das selber hier die riesen machen das ganz bei hände und ich kann in der zwischenzeit ein hopfen smoothie zu mir nehmen zumindest noch klein hier wo zumindest in den live streams meine lieblings mittlerweile blutorange drin steckt jetzt auch nicht wir machen die 100% doch 100% jawoll so mal gucken was der gegner uns entgegensetzen kann ja das kommt hier ganz häufig vor das musste ich leider heute meinem sohn auch sagen dass es hier ganz ganz oft unentschieden gibt denn der hat heute auch angefangen hier zu spielen aber ich glaube diesen fight hier gewinnen wir obwohl wir da mit einer sprungfalle gleich einen riesen verlieren und der jetzt und die beiden riesen der eine wird noch da könnt ihr auch mal sehen die sprungfalle war irgendwie ja die war gut gesetzt denn die war genau die geht genau vor den bogeyturm also hier ist es echt zu überlegen wo setze ich meine fallen am effektivsten ein damit die truppen irgendwie vielleicht in der defense fallen oder ja sterben tun sie ja nicht dabei nur durch die sprungfalle aber durch diese andere falle ja halt nicht und ja mein riese schafft das und dann schafft der riese das jetzt auch hier zumindest wieder die meisterhütte packen in zwei minuten 16 sekunden ja das sieht gut aus was ihr aber vielleicht mal nebenbei machen könnt wir warten das hier ja nun leider ein bisschen ab wenn wann wollen wir wieder zusammen stream möchtet ihr das vielleicht donnerstag am frühen abend haben oder lieber am wochenende also freitags am frühen abend also samstag sonntags werde ich glaube ich nicht mehr stream aber ich kann euch das einfach mal anbieten wenn wir uns wiedersehen wollen donnerstags freitags ihr könnt mir das mal in die kommentare schreiben manche youtuber machen das ja mit so einem hashtag ja hashtag freitag hashtag donnerstag dann kann ich das doch auswerten die letzte auswertung übrigens ist noch nicht durch das lasse ich noch mal einen tag laufen das von der umfrage wie euch dieses update hier vom clash of clans eigentlich gefällt ich habe mich total gefreut dass da welche daran teilnehmen ja das ist meine erste kleine umfrage gewesen ich habe das günstigste mittel für mich genutzt nämlich einfach mal eine google umfrage zu machen denn die kostet mich nicht die ist ganz einfach zu konfigurieren und deswegen habe ich gedacht komm leute das mache ich einfach mal mit euch und ich hoffe das hat euch gefallen ich werde dann das vielleicht nochmal öfter mal einbauen so dann haben wir hier tatsächlich doch ein paar prozent mehr geschafft aber ich denke mal in den 20 sekunden wird er nicht mehr den sammler hier schaffen das ist einfach so da steckst du dann auch nicht drin aber eigentlich die base gefällt mir gar nicht mal schlecht schöne mauern schon irgendwie komisch umrandet aber kampf ist um 91 prozent mal sehen ob er meine bild schafft ich mache schon fast diese bewegung wie bei clash royale ja ist doch kacke ist doch scheiße ich bin schon wieder bei 477 wie lange soll ich hier denn jetzt noch spielen damit ich hier mal irgendwie den bonus rein kriege ja tolle falle super irgendwie kannst ja nur so agieren hier schuldig bitte aber die riesen machen das hier so behende ja so kann man natürlich auch youtube folgen herum kriegen drei minuten immer so lahme riesen die machen jetzt noch den bogenschützenturm hurra das ist auch in etwa so die stimmung die ich hier vor diesem update habe denn in meinem hauptdorf tut sich so gut wie nix mehr obwohl ich heute angegriffen habe aber mehr auch nicht nicht wirklich ich habe jetzt eben mal ein farm angefangen gelegt die habe ich jetzt auch umgemünzt die farm angriffe in richtige angriffe und ja so möchte ich hier meine youtube folgen echt nicht nicht bestreiten weil mein hauptaugenmerk liegt hier nach wie vor auf klankämpfe denn das hier diesen ich hätte jetzt fast gesagt diesen mist hier den könnte natürlich selber alle machen und klar kann auch mal gucken wie machen das andere leute wie bauen andere leute bases aber ihr seht hier selber die base hier ist auch grütze genau wie meine auch und ich bin froh wenn ich hier heute abend mal einen kampf jetzt gewinne um so ein bisschen bonus einzuheimsen damit ich ein bisschen weiter kommen 100 prozent wir gucken mal gegner greift an steht hier unten dann immer ja ihr seht das selber ne hier kommt nichts zu gange nichts kommt hier zu gange null die haben dann teilweise auch schon so gute bases dass ich jetzt mal wieder auf meine bogenschützungen switche hier und zwar nehmen wir mal hier an an der stelle irgendwie alles mit so da haben wir noch einen riesen und hier haben wir noch einen riesen und eine einzig bogenschützin mal gucken ob die den turm da schaffen aber das sieht nicht so gut aus aber ich denke mal meine riesen schaffen jetzt den bogenschutz und turm hier und ja echt minimal truppen hier aber ihr seht das selber das ist eine farce hier mann oh mann oh mann tut mir leid ist es gab ja heute ein paar youtuber die haben direkt nach ihrem nach ihrem hype video so hurra das update ist da ja jetzt geht es los hier auch gleich später geschrieben oder beziehungsweise ein video gemacht so nach dem motto was ist denn das jetzt ja das ist ja das ist hier mein bauarbeiter dorf und letztendlich geht es ja hier um mein hauptdorf mein hauptdorf mein hauptdorf ist clash of clans und nicht nicht das was ich hier im moment sehe also da muss ich mich da muss ich wirklich selber war mit werden okay ich habe jetzt 100 prozent geschafft aber der gegner schafft auch 100 prozent ja ist doch totale kacke also ich habe da keinen bock mehr drauf tut mir leid ich mache da jetzt auch nicht mehr weiter dann mache ich lieber hier ein bisschen weiter was habe ich hier reingekriegt wohler gift kann mir nicht noch einer baule bauen vielleicht damit ich hier wenigstens ein übungs angriff machen kann ich nehme hier mal selber ein gift noch mit rein wir gucken mal hier ist auch keiner mehr bereit mir was zu stellen super finde ich natürlich auch toll ich kann auch noch nicht angreifen aber ich habe eben einmal einen fahrer angriff gemacht ja der war ganz gut ich wollte ein bisschen dunkles nachfahren denn ihr seht selber ich habe nur noch 98.000 also ich habe in diesem ck richtig viel dunkles ausgegeben zum spenden und versuche hier ein bisschen zu üben weil ich immer noch nicht so sicher bin in drei sternen kämpfe was er hat zehn angeht selbst wenn sie nicht so schwer sind für diese hier die war ja schon ein bisschen knackiger mit der doch sehr starken queen also 40 40er helden pärchen hier da habe ich mal versucht irgendwas zu reißen habe jetzt meine armee eine ganz andere armee zum üben zusammengestellt und habe hier ein bisschen lack gehabt eigentlich dass sie überhaupt was geholt habe aber hauptaugenmerk lag ja auf dem dunklen dass ich ein bisschen nachkriege weil ich im moment so viel verspende ich sehe das jetzt gerade ja was in meiner clan book ist es natürlich auch suboptimal ja aber das das macht überhaupt nichts deswegen nehme ich auch immer irgendwas und gift ja und bei irgendwas und gibt da kommt dann mal sowas raus naja ist mir egal also ist schon ein ich finde es ist so ein bisschen frustrierend teilweise wie super cell uns hier mit diesem dorf hier an der stange hält wie auch immer ich weiß gar nicht warum der gegner hier so stark immer noch rein kommt da müssen wir uns sicherlich ein bisschen was einfallen lassen indem wir hier die falle mal ein bisschen anders platzieren und auch vielleicht ja man kann ja natürlich gut mit kobe sein kommen denn die eine doppelkanone die steht ja doch ein bisschen dusselig da dann machen wir das mal so ich habe noch nichts gewonnen hier noch kein angriff und wenn ich nachher habe dann kann ich hier immer noch nicht wirklich viel machen wir tauschen das mal hier mit der doppelkanone und denn die hatten etwas größere range als die kleine kanone hier mal schauen das hauen wir mal so hier rein dann kriegen wir hier den gegner wir kriegen hier ja guck mal ich mache die angriff heute nicht mehr mit euch das ist mir hier echt er hat nicht zu viel aber es dauert halt es dauert total lange und wie willst du es in youtube voll verpacken ich würde sagen das war es von hier aus mit einer mehr oder minder dorfarbeiter folge von mir dem toto akka torsen beim platu war es und ich würde sagen bis dahin vorbei